Gar kein Bild oder ein Standbild des jeweiligen Senders. Seit Ende April kam das auf den Mattscheiben der deutschen Haushalte wohl häufig vor. Viele Sender im digitalen Satellit haben ihre Frequenz geändert und sind damit erstmal vom Fernsehbildschirm verschwunden. Um den neuen Sendeplatz zu finden, muss man mit dem SAT-Receiver, also dem Empfangsgerät des Satellitensignals, eine Suche starten. Dann geht man einfach ins Menü, geht auf Sendersuche, Satellitensuche und dann kann man noch meistens aussuchen, ob man freie Senderwahl macht oder alle Programme wählt. Man wählt alle Programme, wenn man Sky hat oder HD-Plus-Karte drin hat, dann brauche ich alle Programme suchen. Wenn ich das nicht habe, genügt die einfache Sendersuche. Dann heißt es erstmal warten. Je nach Receiver kann das zwischen zwei Minuten und einer Viertelstunde dauern. Ganz wichtig, den alten Sender, dort sehen sie nur Schwarzbild, am besten gleich löschen und den mit der neuen Frequenz dorthin verschieben. Dann ist alles beim alten. Die Allgäuer sind aber nicht nur beim Satellitenfernsehen von Veränderungen betroffen. Auch im digitalen Kabel wurden heute Nacht die Frequenzen umgestellt. Es kann jetzt passieren, dass die Sender, sie drücken das achte Programm, bisher war das SAT-1 und auf einmal kommt da das zweite oder was weiß ich was. Also wir wissen noch nicht, wie das passiert. Auf alle Fälle werden sie das merken und dann muss man eben auch einen Sendersuchlauf starten und hat dann wieder dasselbe Problem wie bei Satellit. Entweder es gelingt, der Sendersuchlauf und ich habe alle Sender oder aber ich muss sie wieder von Hand eingeben. Der technisch nicht so bewanderte Zuschauer mag sich wohl schon gefragt haben. Analoges oder digitales Kabel, was habe ich denn? Ganz einfach, wenn sie ZDF Neo vorher schon gesehen haben, dann haben sie in jedem Fall schon einen Digitalteil. Oder der Westdeutsche Rundfunk, der war ja im analogen Bereich weg, kam aber schon seit längerer Zeit im digitalen Bereich. Wenn sie den also wieder haben, dann hatten sie auch schon digital. Egal ob Satellit oder Kabel also, nach ein paar Einstellungen sollte aus dem Schwarzbild wieder der richtige Sender werden. Vielen Dank.